Hey, ho und willkommen zurück zu Life is Strange, der vierten Episode Darkroom. Oh mein Gott, wir haben jetzt, keine Ahnung, neun Wochen gewartet oder so und jetzt endlich, 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 endlich ist die Dache. Und ich werde auch nicht lange rumquatschen, sondern, äh, hä, was? Achso, jetzt bin ich verwirrt. Wollte jetzt voll den geilen Start hinlegen, aber okay. Okay, okay, dann haben die seit dem Update irgendwie was verändert, also tut man gleich, das Kapitel auszuwählen. Cool. Vorher auf Life is Strange. Oh, oh, oh. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du mit dabei bist. Du wirst mich nie wieder aufhören, Freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Carfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the darkroom. Over and over. That's it. Listen. I found pictures of Rachel and Frank. Being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Ach, stimmt ja. Das war ja der Mega-Cliffhanger. Hab ich schon total vergessen, ehrlich gesagt. Fuuuuck. 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 Ich trau mich gar nicht, was zu sagen. Ich will diese Idylle nicht kaputt machen. Das mit den Balen ist so krass. Was zum Geier ist da los? Wieso fallen Vögel tot vom Himmel? Und werden Wale an dem Strand gespürt? Was zum Geier ist hier los? Was zum Geier ist hier los? Was zum Geier ist da los? Was zum Geier ist da los? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin froh, dass wir uns sind. Es war schön, dass du mir eigentliche Letters hattest. Das ist mehr als meine anderen Freunde gemacht. Und du hast sogar geschrieben auf der coolen Parchment-Papier. Das ist so, Max. So pretentious. Aber ich liebe es schreiben, wie ein Englisch-Poet. Du verdienst das beste, Stationery. Wahrscheinlich einfacher zu schreiben, als mich zu besuchen. Ich sage das nicht in einer blöchigen Art. Nicht total. Du hast wahrscheinlich versucht, diese Gespräche zu vermeiden. Uh, ziemlich. Ja. Aber das Schlimmste, was du kannst, ist mich wie ein Baby. Ich will trotzdem rüchtern und reden mit meinem Freund. Kannst du uns aufhören? Das ist wirklich die beste Sicht der Sonne. Wie die diese Wale einfach mal voll ignorieren. Oder doch nicht. Ich weiß, wie sie fühlen. Ich weiß, wie sie fühlen. At least... Ich bin hier hier mit dir. Du bist ein echtes Survivor, Chloe. Ich weiß, dass du so viel zu tun hast. Ich will nicht jemanden mehr fühlen für mich. Ich kann das tun. Und mit meinen Eltern. Mein Vater fühlt sich immer schuldig um mir das Auto zu kaufen. Ich bin hier mit dem Erinnerung. Ich bin hier mit dem Erinnerung. Wir haben nie wirklich nie. Ich habe nichts zu sagen. Ein Prick in ein SUV cut mir aus und ich flieh into ein Dich. Du... ...sinnst du alles? Ich habe alles gesehen in bulletin. Ich habe alles gesehen. Ich habe mein Brot gespft. Und das war das letzte Mal in meinem Körper. Als ich in der Krankenkasse in der Krankenkasse in der Krankenkasse habe, ich... ...literal nicht mehr kann. Jesus. Ich... Ich weiß nicht was zu sagen. Nicht sagen was. Ich bin nur glücklich, dass ich dich wiederholt habe. Ich könnte, wie die Frau von Blackwell. Ich denke, Rachel Amber. Wenn war die letzte Mal du sie mit ihr? Uh, nie. Ich habe nur gehört über sie in den Medien. Ich weiß nicht, ihr Name. Ihr habt? Das ist... ... eine andere Welt als wenn wir Kinder waren, ist es? Nach dem Schnee und Eclipsen, ist es eher wie das Ende des Weltes. Ich habe mehr Zeit in meinen Händen als du. Plus, ich bin ein Science Nerd. Aber das macht nichts Sinn. Ich weiß, dass Dinge aus der Kontrolle sind, aber... ... als wir zusammen sind, ich fühle mich nicht Angst. Ich fühle mich mit dir mit dir fühlen, wie ein totaler Kind wieder. Ich weiß nicht, Chloe. Ich bin sorry, ich habe nicht mehr zu sehen. Das war falsch. Du bist mein bester Freund. Max... ... danke für mich zu kommen. Du bist großartig. Ich glaube nicht so. Um... ... meine Nose ist schmerzt. Vielleicht sollten wir zurück nach meinem Ort? Es ist hella schmerzt hier. Hella? I hate that word. No offense. What? None taken. Wie zum Gehr bewegt die das Ding eigentlich? Ich habe das irgendwie gerade nicht gesehen. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht mit ihren Händen, aber... Hm. Das ist irgendwie... ... so traurig alles gerade. Das ist so... ... richtig, richtig, richtig traurig irgendwie. Ich weiß nicht. Ja. Mich macht dieses Spiel fertig. Genauso wie Game of Thrones. Ich weiß nicht. Es ist schwer für sie. Sie sind dankbar, dass du mit ihnen hier bist. Genau. Besonders wenn sie gar nicht nur einen Weg nehmen. Manchmal bin ich wie ein totaler Teenager Brat, nur um sie zu geben, um mich zu schreien. Pathetisch, ich weiß. Chloe... Du bist eine großartige Frau. Du bist nett und sensibel. Wenn du überhaupt nicht musst. Ich glaube, ich habe immer noch eine Rage gemacht. Especially wenn eine Nurse hat, wenn ich eine Dumpfe, um mich zu schreien. Oder wenn die Doktorze mich als ich eine Science Doll bin. Ich kann gar nicht vorstellen. Aber du bist immer fantastisch. Du hast immer schon seit wir waren. Danke für mich, Max. Ich... Ich muss mein Drink aufbauen. Kann ich mir ein bisschen Wasser? Jo, wir können was tun. Jetzt können wir erstmal hier das Zimmer durchsuchen. Ich muss mich erstmal gescheit insetzen, dass ihr mich überhaupt noch hört. Und es mir bequem machen. Ähm... Snowglobes are taking over. Wie kitschig. Ach ja, bevor wir irgendwas machen... Huch... Es ist alles zurückgesetzt. Krass. Ähm... Okay. Es geht die Jagd wieder nach den Fotos los. Natürlich. Also auf jeden Fall irgendwas an dem Fenster. Steine. Zwei Hundeschwänze. Fußsporen. Ein Vogelnest. Das sind jetzt erstmal die ersten, die ich brauche. Ich werde eh wahrscheinlich 50.000 mal nochmal gucken. Hallo, Chloe. She likes fluffy animals now. Aber das wird schon... Eine Lampe. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Boah. Krass, ey. Mit dem Mund? Chloe is still a punk at heart. But... She can't stage dive anymore. That's so cool that Chloe has made friends online. So, what are you doing? Talking with you? Haha, no shit. I am about to branch at Quentin leave. Oh, my God. Love. So do you. I hope we can meet soon now. If you're in San Francisco, hey, I have to take care of somebody. They would let me get back to why you bring you. Ja, was will man sonst machen, no? Wenn man schon in echt nichts kann, dann macht man's halt im Internet, no? I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but it would be fun. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. It's nice my parents sent a card at least. I wonder who this is. Kind of a generic card. Dear Chloe, I'm so sorry for what happened now that I am here for you. If you need anything, I hope you feel better and I hope see you again. Megan. I wasn't very available to Chloe. Real nice. But I'll drop you a quick note to let you know I'm thinking about you. Ah, schon besser. I feel so lame writing shit like I hope you are well, etc. I know your life is so different now and I don't want that I get in the way of our friendship. Yes, I haven't been around lately, but that will change soon. I hope you are well. Love mix. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Yeah. I still can't believe I put Chloe in that chair. Sooo krass. Raus kann ich nicht. Gut, dann... Gib mir mal das Wasser. Drink cup butter cup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here. Watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. Even my parents. That was so hilarious. About a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses. I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Super Max. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. Are they okay? I mean... Are they still happy together and everything? So now you're Dr. Bill? I guess they're good. Considering they have to deal with me. They laugh and hold hands. And I hope they still get busy too. I think Joyce and William are incredible. Max... The accident has been so hard on them. Our insurance sucks and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost a million dollars a year. Chloe... You're priceless. Uh... No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? Uh... I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. I swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Okay. Huch. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Nothing but medical supplies. Nichts interessantes. Not yet. Not yet. Not yet. Not yet. Pirate power! Not yet. Not yet. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? Blah, 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 blah. She can't even feel the grass now. Yeah, 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 yeah. Wow, sir. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. I'll read it later. I don't want that too long. That I do often do, that I'll read it later. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe also loves skating. The snow dough. I guess not everything changed. I guess not everything changed. The snow. The snow. The snow. The snow. the snow. So long ago. Oh no, piece of it is easy. No л'm, I'm sure enough. Luckily I'm forever so scared. Oh nein, demons, how sweet. The feet are a bit different. I'm just like the way ρο behind you. Gerade. Uh, do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great. Seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but... Being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. Um, I'm getting my regular head pains. Uh, can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's, uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. Um, my parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. The swag. You can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Okay, hier habe ich alles durchsucht. Kann ich jetzt irgendwas am Fernseher machen? Äh, am Fernseher am Fenster machen? Oh nein. Oh, verdammt. Warum kann man das nicht wegklicken? She can't even feel the grass now. Eieiei, na gut. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder alles hier... Wow, 8.587 Dollar. Wow. Victoria. Nathan was worried too, ernsthaft? Was zum Heiligen ist hier los? What the fuck ist hier los? Die ist jetzt echt mit den allen befreundet? Oh, mein Gott. Und vor allem... Chloe benutzt Emojis? Was ist hier los? Was zum Gang ja ist hier los? Oh, mein Gott. Ich bin voll... Es macht mich gerade voll fertig. Kann ich nach draußen? Nee, ne? To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Oh, ich kann rausgehen. Look at all these dead birds. It's happening here too? I'm sorry, Bongo Kitty. But you passed on before I changed this reality. Chloe actually moved our drawings so she could see it from her room. Oh. Chloe. Oh, man. The swing is gone now. Must have been sad for Chloe and William. I'm glad Chloe gets a room with a view. Joa, okay. Kein Foto hier. Ist hier noch irgendwas? Nein, 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 nein. Oh, Mann. Oh, Terrific. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Fuuuuck. Scheiße. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Hm. Choice is a food coupon, Boss. Mach ich aber auch, aber es liegt daran, dass ich ein Student bin. Okay. Dann reden wir mal mit dem Vater. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. I'm so glad you're here to help her and be your father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe, if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. What the fuck? So, ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge hier und wir reden dann in der nächsten Folge weiter und bringen Chloe die Sachen, die sie braucht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns im nächsten Part von Life is Strange. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen.